so was er ist aus demnächst aus auch wenn man nicht noch einmal und kann ich noch als gebrochen aus dem Pokémon zum Beispiel schwarz ich könnte ja so die Platin Prozent zum Wokusses so ab jetzt ist es bleibt Lausche Wolken die Mauer der siebte Welt von Marien mit Norwegen die sind cool geworden Ritt auf zum Sturm und so ist es bleibt eine Pause machen stammt und es kursiert hier ich kann jetzt auch die Säure das Team von Kürz das war wieder der Drittel und jetzt gar nicht mehr das ist die Welt ist das was zu hören das sind dann eine Brüder Euro Prozent 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 Danke dass du meine Schwestern gerettet hast die Zwischenzeit dass die Königin in der Nähe auf ein Traum erlieblich war es so das ist ja kann man nicht mehr bis er nicht so eine Königin ja Prozent Prozent es ist das war ja nicht so Köln Prozent der Schöne und das dann übersprungen erheblich erheblich ich bin und so nicht in der Träume Klasse haben wir was für eine Wahl so ist die Postbord ja jetzt haben wir den ganzen Bonus-Dinger was das siehst du doch jetzt haben wir da vier neue bei jedem Level ja ok das heißt wir haben jetzt eins zwei drei vier fünf sechs zwei vier sechs acht zehn und dann halt noch diesen schleichenden Baum ok das ist der schleichende Baum wahrscheinlich eine Extra-Welt oder es gibt noch mal eine Endwelt wenn wir alles geschafft haben dann gehen wir zu laurischen Wolken wollten wir nicht gerade Pause machen ja das ist es ist der perfekte Moment ihr habt ihnen wir hatten sie bis zum Glück aber noch weiter bis bis wir die anderen Welt gemacht haben ich glaube nicht nein wir werden sie sehen wir wollen wir ihr könnt die Überraschung kaum mehr aushalten das wissen wir auch aber ich bin so gespannt ich würde sie jetzt weiter machen wir machen jetzt eine Pause und ich möchte jetzt müssen so bis äh später ja ich bin 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 hallo so genau dann geht das noch äh ja wir sind wieder da und man geht kommen auf ihn hier reinkommen auf dem Sturm was hä? du bist du schon ist die Form und du hast mich geschlagen du hast mich geschlagen nur noch vor mir und du hast mich geschlagen obwohl ich hinter mir war ja das hat mich jetzt doch gelöst und das ist auch ich habe hier kommen wir nicht weiter weil wir erstmal den Rest machen müssen das glaube ich auch ach geil Bitches fast geschafft dass die Könige ein bisschen befreit werden und ich vor ich habe Pfote gelesen Gipspörtchen Gipspörtchen ja ok also mit anderen Worten wir haben verkackt ja wir müssen erstmal hier guck siehst das sind 4 Säulen das ist erstmal diese Könige draufpacken 4 Säulen? wieso haben wir die eigentlich draufgepackt die waren doch da weil das ganz 4 normale von diesen komischen wie heißen die Swergänge nur weil die nur ein gutes Gewand hatten glaub ich zumindest ja und sie waren alle gleich ausmachen also kommt die Könige doch noch vor so soll ich einfach mich drauf haben schon mal du bist auch Kichern oder die ganze unterschiedliche Skins haben wir schon mal 8 so dann fangen wir jetzt bei Kitzelige Kirchern Kirchen Kirchen Kitzelige Kirchen aber Kitzelige Kirchen macht genauso wie ich sie aus dem Weg ok die vier Welten schaffen wir heute noch kein Thema kein Thema wir machen die Sport an so das sieht doch schon mal schwer aus Gottmode ist zu Lame so das sieht doch irgendwie nett aus das ist mal geil das ist mir auch noch riesig den ganzen Tag hier sind leider geyser was? alle die jetzt mal leider geyser hey ich hab sofort was gefunden das nervst du 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 achja wir können ja tauchen das ist mir einfach das ist mir einfach so aufmerksam die Gäste ich bin ich habe ich habe die von der wenn wir rankommen das nicht der Fall das Jahr hochschlagen so dass es gehen da über diese um 8 Kasse drauf ja ich kann so wie er ist ein Müsli schlägt sehr lecker Prozent bis ein Nasen mit Brüsten mit einer Nase und das sind zwei Bälle wahrscheinlich erst gern und das Wasser und das ist hier hochlaufen oder muss das so eine Schräge sein das muss so eine Kurve sein wir brauchen immer ein eigenes Thema ähm wo haben wir denn gerade geredet, oder so Pokémon? über Pokémon E-Sports 2013 genau, wir haben über Metagames geredet und Brasilianer und League of Legends, obwohl ich nicht League of Legends spiele und Pokémon dementsprechend ich spiele League of Legends, ich spiele Pokémon ich spiele gar nicht, ich spiele gar nichts, was anspruchsvoll ist ich spiele gar nicht, ich spiele gar nichts, was anspruchsvoll ist etwas genauerem Bereich, sag ich jetzt mal ich spiele gar nichts, womit ich mich lange beschäftigen müsste etwas äh, das ist ja das ist eine Wissenschaft, diese ganzen Spiele sind eine Wissenschaft ja sowas nennt man auch Theorie-Corting ja, das sind ja nein, das ist nervend das macht üblich Spaß machen, das macht richtig Spaß, wenn du dann äh, wenn du dann auch andere kannst wir sagen, wenn du da sitzt welche ganzen Leute wie im TS oder sowas oder so, dann wenn du was sie keinen Plan haben ich zum Beispiel nee du bist, du hast es gerade erst man hat es glaube ich ein, zwei Matches oder was gesamt gespielt ok, ich rede von den Leuten, die schon Level 30 sind, äh, insgesamt 2.000 komm, komm komm komm, komm, komm komm das ist doch doch, du bist super du bist super, Mach's schon, Neuer, mach's schon, Neuer du müs saying, ne rechtswinnen ich muss es auch wissen war das jetzt wieder falsch benutzt, das ist, das ist immer episch, ne episch ist die einfach ein nervenes Wort Richtig, Danke schön wirklich wirklich ich bin nicht mehr in der Sonnenschein was ich an der Unruhe ist weil wir haben gewonnen wir wollen mal ernst bleiben und jetzt alle seit einem oder zwei Jahren schon kennen wir nach einem halben Jahr nicht mehr lustig fand und jetzt alle da kommen so geil werden dass das treufe ist na gut so was soll ich wieder auf toll ist inzwischen ist schon wieder wurde da jetzt schon wieder so oft ist das ist es wichtig seit mal die das erst etwas neu mit dem Kammel ist schon selbst für die jetzt schon wieder und witzig weil es so oft benutzt wurde was treufe es kommt ist für mich das ist ein Klassiker der Koalowen das ist so gut Prozent und so wichtig das ist wichtig nach Städte so hallo ich hatte ich nicht aufzuschreiben also ein Thema hat nicht komm ich hin ab dem Haus nach oben Euro was für ein Thema im Kürzelsen zu finden also wir haben schon Katzen er kann ich eine Katze und ein Karte was du alles weißt das ein Mensch die Katze ein Karte die Welt ja ich bin ach man kann so viel über Schuhnöl und Mähre reden aus hier unten wir wollen ja nicht den Ufer schlechtern ich bin wie dieser alter Schüler ja geil wurde alle verreckt Hammer Leute, Hammer gerade wo ich die Münze wieder geholt habe wieder ja wie soll ich auch immer noch die Nachfolge Tränke darunter fallen ja so ist das Wort hat entschieden dass das in den Schiedlern was wenn ich auf welches Füße so wort und da gibt es meine manche Leute die meinen Ja-Wort entschieden ja so wie A drücken bei Mario was wird warte mal äh hau mit Hau ich habe wieder dann raus Remke nein danke komm komm zurück haben wir sie immer noch nicht oder was oh ich bin so gut so dann haben wir dagegen da links bei der Pflanze oder Remke macht es einfach so scheiß auf alles Faktenpolitis hey warte da unten hier ist was sag los ne ich bin gut du bist ja warte das das kommt irgendwie gerade fast genauso vor wie das erste Level bei der ersten richtigen ja stimmt also sowas hat man doch auch schon mal fast genauso ich weiß ich weiß ist das jetzt so eine Nachmache so angenehm weil die war ja direkt daneben wow ist auch der gleiche Grafikstil die gleiche Umgebung was das gleiche Grafikspiel äh es wird Gott die gleiche Umgebung das gleiche Grafikspiel ah ja gleiche Grafikspiel der gleiche Grafik ist die was aber eigentlich auch falsch war ne meine Zunge äh liegt falsch irgendwie gerade glaub ich ich würde wie die denn ich weiß es nicht ich hab's sogar noch gekriegt in meiner Leber wir sind so geil ihr seid so geil vielleicht soll mir auch noch der Raider was erstmal aufhören es ist jetzt gerade es ist jetzt gerade 5 vor 1 na ja 4 wochen Geschenk für meine Schwester aber sie muss gerade er hat es so perfekte das ist so was auch das ist wirklich irgendwie ein bisschen Prozent Angelegen an erster Welt kann sein so was auch so das ist das ist die Idee die Idee aus doch Gott ist wirklich gerade er hat es wirklich gekriegt dann kommt ein bisschen neu was macht kann er wie er war und was man nicht ich möchte aus dem Leben er hat ja so ist mit dem du musst es gar nicht wieso denn auch einer muss leben was einer muss leben bleiben das ist immer du zu feige bist ich kann auch aus dem draufstehen dann können wir noch auch komplett verkacken also ja hat ja auch mal Bock aber auch mal mal wieder hier das ist nicht so aber es ist auch gar nicht wieder oder nicht ja da ja also nicht 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 die jahre in Kürtel war so sehr wichtig war da hoch wir können mal probieren los drauf naft hat man ja üblich nicht weiter das kann so sein das ist auch nicht so gedacht hier ist der Faust nicht nur an die Fächer so es ist ein mietiger ja aber für den Prozent mehr dran oder nicht nur mit das wird mehr gut an ich glaube aus dem von oben kommen wir versuchen das jetzt mal das schaffen war das auch so lange es ist geschafft und wenn es ja wirklich ist dann hängen wir ja für fünfzehn prozent so ist das gleiche nur wenn er sich schon mal auf dem Weg muss es nach rechts nicht manche schon manche zu lassen von japan das wird nicht mehr aber auch gewinnert man auch hier auf die pflanze ab und dann war man das ist auch so gedacht ich glaube es geht so nicht versuch es doch mal dieses Jahr sind sie verschaffen ja mann von dem anstellen überrascht während des 1.000 sieben ich hab's verstanden eine hohe wir haben das auch ein Wort das ist doch nicht so gut menschen wir haben gehört verabschieden das ist ja okay es ist unnötig Prozent Prozent weil die Brüste Blasen sich auf der drüben Schöner also so schon verkackt muss die Haare man nimmt ja sehr schnell rüberrausen wenn das ja alles nach oben Schöner Schöner nein Warte, lass das mal rausgehen. Was? Wir sind gut. Ok, das erfüllt mich. Das war ein siegendes Trank. Ey, wir waren sogar von den Punkten gar nicht mal so schlecht her. Also außer Christoph. So schlecht her? So schlecht her so. So schlecht her. Ich muss aber schon sagen, Christoph ist der Beste in dem Spiel. Und es fehlt 11, dann hätten wir 350. Wie schade. Mist aber auch. Das sieht immer so blöd aus, dass so ein Ding fehlt. Ich halt irgendwie müde. Das ist irgendwie scheiße. Pussy. Das ist super. Das heißt, wir haben jetzt wieder einen Schatz. Ja, dann wollen wir den nochmal? Ja. Und danach Schuss? Ja. 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 Und dann auch oder nicht. Ja. Ich hoffe, dass wir uns nicht vernamen. Ja. Ich bin ein Verkäufer. Ich bin ein Tor. was ist das was ist das geil oh mein Gott das ist jetzt im ersten Versuch first try first tryen das sind die Avesome wie zum Teufel bist du so schnell gewesen hm ne bist du da so schnell gewesen los los oh scheiße das ist ja nicht ich auch nicht ich auch nicht auch wenn du davon geredet hast so was hat geschaffen hier gibt es nur eine Tasse und auch so ich habe schon mit dem woher ich habe der große Rächer das war mein Name bei TÜR ja es ist immer klar ja jetzt ist der Klammer und bei Timo ist klar Timo ist es auch noch mal machen die sind einfach nicht schwer diese Schäfer Geil das ist die Stimme irgendwo wo man sie gar nicht erwarten kann das sind das muss man mehr an hallo was soll das was er wieder Kulakinschreibern Papa aber das ist sehr gut der Wäsche ist sind aber nicht Stülp du musst übernehmen immer leid und schlag uns was geht das hat sich gereimt, ich bin Haftbefehl Realität ja, ich wollte gerade sagen ok, wir sammeln, warte ja, ich lebe schlag uns AHHHHH AHHHHH hier oh mein Gott Globoxen ok, das ist sogar ein Ausschnitt, guck mal geil oh mein Gott jetzt hat er auch Glück gestopft für die nächste Nacht jetzt hat er auch Glück gestopft für die nächste Nacht jetzt hat er auch Glück gestopft für seine Fantasie für die nächste Nacht kann ich gar nicht schlafen ich bin echt ganz wild okay ja, okay, damit da haben wir ein Kurser eines was? ja, doch, der Kostüm das kann man nicht wir steigen bis zu hoch haben wir das? haben wir das? haben wir das? haben wir das? bei der Sankt ist bei der Sankt ist bei der Sankt ist bei der Sankt ist um zufrieden das ist ja das ist das ist das ist die Wettbewerb ich bin die Monat aus dem Ort des Klinien in die Wien eine Art Schäuble so können können für die Werte ein paar Wünsche werden wo es wird noch zu sehen die Töchter schädigt sich das Prozent der Nürnberg-Geräusche Schiller Tag 21 darauf sagt die Tasche wenn wir die Taschen 97 10.000 Abonnenten ist in der Falle von der Sankt-Sankt das ist ein paar Spiele zuerst versteckt guter Sollte zu stecken die Verabschiedung die Verkürzung und Schuss macht's gut bis zum nächsten Mal der Schuss darf dann nicht schön ist für uns steht